noch was drinnen please please wow für sterling leute kann man das ruhig schon wieder gummi alter schon wieder gummi oh einer wert erics ok kleiner fingerpack kleiner fingerpack abfahrt heiming sonnen aber wie viel ist der wert mach mal ein ramos pack abfahrt ja ramos schon wieder morgen was ist das eine live karte bitte was geht das in brasil lm du kannst posta leute sergio ramos hat schon wieder gegönnt sergio ramos hat schon wieder gegönnt ucl live karte douglas costa mann wie geil 400k oder was kostete wirklich so viel costa kostet was sergio ramos ist der heftigste gestern oder vorgestern wir haben ein ramos pack gemacht okay da war keiner drinnen aber ein pack danach war sergio ramos drinnen und jetzt ramos pack hat schon wieder gegönnt ich hab da schon ich hab da schon poppa gezogen eine icon habe schon gezogen jetzt kommt der glaskopf ja mann geil du glas crossa kann mann lassen stabil leute grüßigen ramos mann mann geil was kommt noch das an das zweite war echt toller sergio ramos sergio ramos sergio ramos der ganze hit gegen die 50k packs ist mit dem einen pack boom weg wo ist der applaus leute alle einen fetten daumen nach oben mann was ist das für ein verdammtes pack mohammed salah das zweite mal gezogen aber du glas costa boom es gibt bestimmt wieder leute in meinen kommentaren wenn ich das als video hochlade dass dieses pack fake ist deswegen ich muss auch wieder zeigen erstbesitzer erstbesitzer mein ronaldinio bei meiner ronaldinio bei meiner prime icon ronaldinio hat es geheißen es war fake haben wir aber im live stream gezogen bei kante und waran als wir die in einem pack hat es geheißen es ist fake hehehe was für fake leute wir haben sie gezogen fertig aus ende alle sollen das zweite mal alle sollen leute und davon bekommen wir ein jumbo premium das ist ja das ist zu krass oh ein walkout ok ich nehme alles zurück ich nehme alles zurück das pack ist gut oh das hätte akku euro werden können aber 88 das pack ist gut stabil ich habe gerade meinen flug gesehen wow ah ne das ist kein 15k pack leute ich verwechsel das immer hehehehe pato was sollte das jetzt ich habe echt keine ahnung keine coins für rahim sterling jetzt bin ich gespannt ich habe schon lange nicht mehr die die pack animation gesehen die sieht ja so geil aus alter alter auch rahim sterling gezogen dass wir dann super sap werden statt martinez wenn da jetzt walkout kommt abfahrt mhm mhm walkout impfform pipi es könnte tatsächlich jetzt wieder etwas dahinter sein und noch was gutes dahinter ohhh noch was geiles aber bei dem pack ein impfform zu ziehen ist schon gut ein impfform ist schon boah und ein 84er alter schwede da geht es hier richtig ab kommt ihr von meiner instastory oder kommt ihr von meinen glöckchen hehehe wir müssen als erstes mal die dings öffnen ne muhammed hat mich abonniert danke an muhammed hehehehe 3 2 1 come on let's go vielleicht lala das wäre sexy naja Perin Wing Rating ne ja wir nehmen Perin Wing Rating Holminson Lala oder Pogpa wir drücken please es ist niemals Pogpa am Stab Leute Forster Leute ihr habt mich kurz gehabt weil irgendeiner meiner doofen Moderator Pogpa oh mein Gott reingeschrieben hat ich dachte jetzt ich dachte jetzt nein alter meine Playerpics bis auf Leroy Sané waren alle crap yo warte mal wie heißt denn der Glöckler wer von euch kennt den Glöckler Leute schaut ihr nicht aus wie Glöckler oder wie der heißt ey Skrinha perfekt perfekt ich gehe nochmal zu Sergio Ramos weil es in letzter Zeit sehr sehr gut geklappt hat mal mein Höschen hochziehen ha komm Sergio oi nicht mal mehr Sergio Göns aber in Form na das ist ja dieser eine da ich krieg schon Aggressionen wenn ich den sehe eine Legende ja das wäre heftig bitte lass Oliver Kahn im Peck sein bitte Oliver Kahn kein Chapaner auf den hab ich gar keinen Bock gut Ikorna 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 wäre geil Meret wer ist Meret Leute aber Kavachal Javi Martinez was denn da los Subasic Mazukic ah Ely geht klar Leute Ely geht klar Mann können wir jetzt einen Walkout ja come on Eiken Eiken es ist keine Eiken Thomas Yone Aspi Gönn dir die Pets Bro Dankeschön Brudi Sandro schreibt du bist so eingebildet habe ich gesagt ich bin der Geilste habe ich irgendwas über mich selbst gesagt also Sandro wenn du nicht mal die Definition von eingebildet kennst ja halt am besten dein Maul danke dir Dankeschön Alter das wäre gar nicht nötig gewesen Broski 25 Euro mit Gebühren Ach der Schweizer wieder schreibt Justin Sven Sven du hast ja ein richtiges Löwenherz vielen Dank Nein für deine Packs oh mein Gott ich muss das alles in mein Best of reinschneiden Leute ohne euch ist das gar nicht möglich also vielen vielen Dank ganz ganz ehrlich ohne euch sind so viele Packs einfach nicht möglich also probieren wir es gleich come on lass gleich eine Icon sein oder so bist du okay come on come on hmmm in Form Walkout 84 Forster haben wir den nicht heute schon gezogen? was ist noch hinter Forster? Nohomo come on irgendwas geiles irgendwas geiles Lacazette Pickford Martial Schmeichel Giuliano okay große Zielerpack große Zielerpack nein 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 woher kommen 60 Euro was? Bruski 60 Euro was ist das? wer ist das? wer ist das? Götze und Bruski 60 Euro was? ich hab den der Schweizer Donated und der Deutsche wurde gezogen ha Bruski Bruski alles gut alles gut alles gut meine Socken sind ja übel schmutzig alter alter ich weiß gar nicht was ich dazu sagen soll und 5 Euro noch von Party Partinho bist ein guter Junge alter ist ja zu krass heute fehlen die Worte ich hab noch nie so viel in einem Tag Donated bekommen vielen vielen Dank an euch also aber Bruski sind das versteuerte Euros danke dir vielmals auch an Partinho für 5 Euro mit Gebühren aber ja ich muss mir mal Gedanken machen uuuuuh Götze Merez Lingulam ah jetzt meine Socken sind immer noch schmutzig wasch dir die Füße ich klapp auch come on eh das hat geklappt das hat geklappt das hat geklappt Normalerweise gleich nur einen Ellbogen kaufen weil kein Wallcourt ne aber Süle mann das ist nicht gut welcher Icon hat er gezogen Max Meier hehehe Icon Max Meier hab ich gezogen hehehe hehehe ich hab's echt gemacht ich hab's echt gemacht oh mein Gott wenn da jetzt keine Icon rauskommen wird oh mein Gott du hast ne Schlange gezogen heißt das jetzt gleich ne ich hab ne spanische Anaconda gezogen oder was hehehe hehehe und Kevin danke für ein Euro mit Gebühren Mann ist dein Penis schlecht hehehe oh mein Gott ein No Reaction Pack ok ich versuch das jetzt Leute darauf braucht man ja nicht mal eine Reaktion oder? keine Reaktion Duck Kicker schreibt das jetzt nicht mal eine Reaktion Duck Kicker Loser Duck Kicker du bist immer zweimal mehr Loser haha wow wie ich ihn jetzt gegeben hab ne bist du ich hab huuuh geschlachtet hab ich ihn huuuh huuuh hehehe scheiße machen wir einmal so einmal so ne du Wortspieler ja Vater wird gemobbt ist echt so war hier gibt es wo 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 Bis zum nächsten Mal.